Oh, wir machen was verrücktes. Gucken wir mal auf der Brücke ein paar absnacken können, die aus dem Militärgebiet kommen. Ja, ich lasse die Wille mal außen vor. Ich brauche jetzt eine Automatikweifel. Na ja, unbedingt, wenn es geht, noch ein Scope. Egal welches, vierfach bevorzugt. Dann setze ich mich auf die Brücke und warte auf die Leute, die wieder über die Brücke wollen. Ich hoffe, der Kreis endet hier unten nicht. Der Kreis muss natürlich mitspielen bei der Geschichte. Die da, die will ich mir dann alle holen. Oh, no, wo keine Sau. No, wo gar keiner. Not bad. No, moin. M4 und 3 Rucksack. So will ich begrüßt werden. So, jetzt noch ein anständiges Visier, bitte. Oh, vierfach. Haha, yeah. Oh, ho, 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 ho. Der Schali, ah, ja. Oh. Digi, hast du das gesehen? Digi, ja, Digi, 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 Digi. Alter, Falter. Ach, es wird hier unten auf der Insel enden. Aber das Geile ist, Novo war keine Sau. Ich geh jetzt mal auf die Antenne hoch. Alter. Porno-Loot direkt am Anfang. User was moved to your channel. Pass mal auf. Geh, Mensch, ich bin gerade im Stream, ey. Jetzt kommt der Hit. Pass auf, ich geh ins erste Gebäude zum Looten rein. M4, Schali, vierfach. Haha, ja. Da. Und ganz Novo ist keine Sau gelandet. Ist jetzt mein Lootgebiet. Und es wird höchstwahrscheinlich auch auf der Insel hier wieder unten enden. Meine Hassinsel. Aber wenn du schon so geiles Loot am Anfang hast. Ja, ja, dann geh doch jetzt aus dem Match raus, lass zusammenzocken. Ne, du kannst aber gleich mit tun. Ja, passt schon, alles klar. Dabei. Mit dem Loot geh ich jetzt hier nicht raus, Alter. Doch. Ich hoffe jetzt auch, dass mich hier kein Mongo wegmongon wird. Wegmongon. Ich hoffe, ich habe auch wirklich richtig geguckt, dass hier keiner gelandet ist, aber hab kein Gesicht. Eigentlich wollte ich gerade die Brücke noch mal machen. Aber der Kreis ist so, dass der höchstwahrscheinlich hier unten enden wird. Deswegen brauche ich mich da jetzt nicht auf die Brücke stellen. Ja, ein 3er-Helm zum 3er-Rucksack. Das hat Format. Das schmeckt. Das schmeckt. Ein bisschen UP-Monie für mich. AK interessiert mich nicht. Ah, du kommst eine 3er-Weste kannst du mir immer noch gönnen. Aber mal den Rotpunkt. Ja, Diggi, hier kommt eine Kark. Will ich nicht. Die Nate nehme ich mir aber noch mit. Jetzt brauche ich noch Medic. Ach, hier, guck. Medic. Ach, 3er-Weste. Alles Stufe 3. Auch nicht schlecht. Easy win. Ja, easy win nicht. Ich habe gerade 6er, Alter, weil der Server hat es so geleckt, Alter. Du bist hinter einer Kiste, gehst du Schritt nach links, bleibst an der Kiste stehen, auf einmal portert der dich noch einen Meter nach links. Und du stehst voll im Freien. Ja, moin. So, jetzt brauche ich noch Medic und Boosts und Muni, Alter. Und dann bin ich vollkommen zufrieden mit der Runde. Ja, alles Stufe 3 schon mal. Da ist natürlich... Da ist natürlich schon mal... Kann man schon mal machen. Ja, das sieht nice aus. Und Schalli auf die M4, Alter. Es gibt... Und eine Vierfache, die hat gefunden. Also es gibt wirklich... Besser ist eigentlich... Pass auf, jetzt gehe ich schon YOLO zu den Containern runter, weil hier ist keiner gelandet. In der Hoffnung, hier ist noch keiner hingefahren oder so. Der mich jetzt gleich berg runterlaufen sieht und mich... Wenn ich mich jetzt hier in der Leck-Sniper aller Alte 4, dann holt das Team aus. Hallo, Stream-Übergenster nebenbei. Ja. Ja, gut. Ich need noch einen Hauch M4-Muni, ein bisschen Medic. Aber ich denke mal, an den Containern werde ich da fündig. Und dann suche ich mir auch schon direkt eine geile Posi, Alter. Dann suche ich mir direkt das schönste Haus der Welt. Ja, Booster gefunden, Alter. Handgriff, alles. All den Schmott brauche ich. Alter, was hier für AKs liegen, ey. Und ich bin noch nicht mal in den Containern. Ja, Quick-Tour. Extended-Mark wäre halt noch so eine Sache. Aber ich sag mal so, ich will mich jetzt hier gerade nicht spielen. Oh, hier, endlich der gute Handgriff. Der abgewinkelte, der alte Schmetter-Heinz. Ja, du weißt, wie es ist. Top 100, ich will endlich die Top 100 anpeilen. Da muss es Gier unter der Kreise mal mitspielen. Richtig, ja. Will ich nicht. So, jetzt bin ich an den Containern. Jetzt wird es interessant, ey. Ich hoffe, jetzt ist hier keiner. Ich will halt gar nicht auf die Container hochgehen, ehrlich gesagt. Da habe ich immer so... Da fühle ich mich immer so beobachtet. Da fühle ich mich immer... Aber scheiß drauf. YOLO! Ist schon schritte? Hier ist einer. Er war ja wieder zu schön, um wahr zu sein. Scheiße, Schritte gehört. Oh, an den Containern, ey. Das ist so widerlich. Oh, der linke Maustaste ist schon quasi durchgedrückt fast. Ich will hier weg aus dem Gebiet, Alter. Ich will jetzt echt weg. Ich will jetzt nicht weiter looten. Ja, das ist jetzt genug, ne? Und hast du Medic vielleicht noch ein bisschen, oder? Naja, ich habe jetzt einen Koffer und zwei Boosts. Muni, könnte ich auch noch einen Hauch gebrauchen, ehrlich gesagt. Ja, in vier halt, ne? Ja. Aber ich will aus dem Gebiet weg. Ich habe jetzt hier Schritte gehört, weißt du? Ich will jetzt hier nicht wie ein Dulli mein Gear verlieren. Ja, moin, ich bleibe an der Mauer hängen. Hier ist das Moped von dem Schwasten. Aber okay. Ich gehe oben einfach noch die Häuser looten hier. Ja. Ah, Containerkampf, hasse ich, weißt du? Weil du nie weißt. Und die Schritte waren verdammt nah. Der war, glaube ich, in Container neben mir oder so. Echt? Ja, ja, es war ganz nah. Der Lada steht, Alter. Den werde ich auch gleich nehmen. Ja, moin, ich nehme natürlich die Schrott. Schüsse von der Brücke, Alter. Hier ist noch ein Boost. Ja, 90 Schuss sind deutlich zu wenig. Ja, schon. Aber hier schießt es halt auch wie die Sau gerade. Ich höre das nicht. Auf den Stream habe ich den Ton aus. Ja, ne, das hört man auch so ganz schnell. Ich habe den Ton auf Maximum. Ich bleibe jetzt kurz in den Lada sitzen. Ich hoffe, es geht Risiko ein. Ich warte, bis der Kreis da ist. Der kommt gleich. Da nehme ich jetzt noch die Überlegung, wo wird es enden auf der Insel? Dass ich mir da schon mal ein Nutgebiet nach unten irgendwo ein Häusergebiet suche, da finde ich bestimmt noch ein bisschen Muni. Genau da fahre ich jetzt hin. Oh, ist das hier Tokio trifft, oder was? Ich war so gleich ganz in den Süden, weil da ist es sehr unwahrscheinlich, dass da einer war, weil alle, die hier abgesprungen sind, die sind gerade so zur Midi-Base gekommen. Ich wollte eigentlich die Brückennummer machen, wie gesagt, aber ich habe jetzt schon Gier für einen Silent-Kampf, aber ich habe die M4, ich brauche das taktische Lager auch grundsätzlich unbedingt noch, weil das wirkt so extrem stabilisierend. Ja, das ist richtig. So, ich bin gleich da. Ich fahre mal vom Strand aus hin. Sieht alles noch zu aus. Aber Schüsse ganz in der Nähe. Ich brauche unbedingt noch Medic und den Hauch-Muni. Nein! Das wollte ich. Nix. Hauen wir hier aber noch UMP. Die Muni nehme ich immer noch mit. Stufe 3 muss man ja vollkriegen. Du weißt doch, wie es ist. Ist so. Oh, ja, hier ist noch mal ein Päckchen. Aber ein Päckchen ist wenig. Extended Mag für meine UMP wäre auch mal noch eine nice Sache. Zuverstanden, Spiel. Extended Mag. Muni, Medi. Auch noch eine Stufe 3 Rucksack. Ach, ich habe den dunklen, der ist viel cooler. Wie geht es nicht einfach so? Kombinier die doch. Dann hast du zwei. Da habe ich dann Stufe 6. Genau, Stufe 6. Ah, Medic. Ich habe ein Problem, Alter, weil hier ganz in der Nähe schießt einer wie die ganze Zeit wie die Sau. Und ich habe keine Ahnung, worauf der schießt. Ja, auf dich wahrscheinlich nicht. Nein, nein, das hätte ich schon gemerkt, glaube ich. Aber, hey. Das macht mich aber nervös so, weißt du, wenn du hier wirst, hier ist irgendwo die Karne an der Ecke. Oh, Abwurfzone mitten auf dem Airfield. Ja, moin. Oh, 8-fach. Das schmeckt. Alter, 8-fach und komplett silent unterwegs. Das ist sogar Spaghetti mit Flornese. Oh, mich portet jetzt hier schon wieder rum wie die Sau, Alter. Kommt noch ein Medic-Koffer und ich lasse das looten sein, weil die Loot... Du weißt, wie es ist, die Loot-Gear. Ja. Ich habe jetzt 2 Koffer, 7 Boosts. Das ist eigentlich ganz akzeptabel für... Richtig. 7 Boosts ist das nice. Ich bin neulich, ich bin angegangen, hatte ich 10 Boosts, Alter. Hatte ich 10 Boosts, einfach so. Ja, noch ein Boost. Jetzt habe ich 8. Ne, im Haus bleibe ich dann hier auch. Oh, noch ein Medic-Koffer. Und noch ein Stufe 3-Rucksack, Alter. Was ist denn hier los? Hier bleibe ich dann hier hinten in dem Raum. Schöner Raum. Schöner, schönes Haus, schöner Raum. Haben wir leider keinen Lager gefunden. Smoke-Granate bei mir? Ich muss ja wieder so kommen. Und das Geile ist, der nächste Kreis ist natürlich wieder am Sack der Welt. Ich bin im Süden auf der Insel und ich muss nach Norden. Ja. Und mein Auto steht hinter der Scheune. Genau da, wo die Smog ist. Der nimmt mein Auto! Ich bin im Süden auf der Insel. Ich habe noch ein X-Ted nicht mal gefunden. Ah, hier fand ich noch ein Buggy. Ich will ja mal gar nicht so sein. Ja, ich will so. Ich will ja mal gar nicht so sein. Oh, fuck ey. Ich muss jetzt über die ganze Insel immer fahren. Da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Und mir irgendwo an der Küste ein schönes Heuschen suchen. Ich muss erst mal über die Millibase kommen irgendwie. Ja, ja. Joilu, habe ich gehört, oder? Ja. Buggy, Alter. Ich überschlag das Ding noch im richtigen Moment. Ich dachte so, wie es ist. Oh, hier ist eine Dropzone mitten auf der Straße. Ja, moin. Ich fahre genau dran vorbei. Oh. Und hier vorne ist der Lada, der fährt. Wo ist der Lada hin? Da fährt er. Berg hoch. Na, hier ist Lada überschlagen, Alter. Was ist hier los? Ich fahre aber Straße. Ich habe keinen Bock, mich auch zu überschlagen hier. Nicht näher in der Dropbox. Nicht da. Nein, nein, nein. Es gibt viel Schöner, oder sich zu überschlagen. Am besten gar nicht. Aber ich habe jetzt drei Medics und acht Boosts. Also, ich sage mal so. Geht. Jetzt muss ich nur noch Yolo ins nächste Haus kommen. Es sind uns noch 20 Leute am Leben. Inklusive mir. Aber Top Ten ist ja immer der Fluch hier unten. Hier steht der Jeep schon. Oh, noch einen neunten Boost in der Kiste gefunden. So. Ich muss es außerhalb mit der Muni. Noch 18 übrigens. Ich bin jetzt hier eiskalt in so einer kleinen Gammelkiste auf dem Reifenstabel. Ich gehe immer gerne auf den Reifenstabel. Das ist geil, weil du bist erst mal erhöht. Und wenn er nur die Tür aufmacht, erwartet dich keiner auf der erhöhten Position. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Natürlich Stufe 3 Rucksack. Das heißt, der packt auch immer durch die Wand. Der Drecksack. Fein, ich habe ja nicht mal meinen neuen Schuss, Alter. Ich hätte nicht auf das Auto schießen sollen. Aber ich habe ihn eh mal gehittet. Und wenn du ihn eh mal hittest, weißt du, das wirkt immer so motivierend. Weiterzuschießen. Aber schließlich hat er mein Auto geklaut. Da muss man ja mal ein Zeichen setzen. So, noch 16. Also Top 10 muss sein. Das wäre das zweite Mal Top 10 auf der Insel. So viel Siege ich auch haben mag. Aber die Insel unten ist immer sehr verflucht. Ja, ich habe Salenser und Scopes. Das ist völlig richtig. Aber Diggi, ich spiele das auf meine Weise. Du Monker. Weil ich will gewinnen und nicht so wie du als Dritter dann sterben. Oh, ich habe 17 Kills. Was bringt mir 17 Kills, wenn ich dritter werde? Außerdem will ich erst meine Rohre. Und draußen auf dem Feld rumlaufen und rochen. Das hat es irgendwie... Das geht nicht. Das macht nicht so viel Sinn. Oh, ich bin noch im Kreis, Alter. Aber das Schöne ist, ich bin dann am nördlichsten Punkt vom Kreis. Und dann gehe ich raus und scope. Verstehst du? Diese Backseat-Gamer, Alter. Hör auf, Mario. Hör auf. Noch 14 andere, weil der Follow West ist gerade leider ausreichend überreiß gestorben. Oh, mein tiefstes Bedauern. Noch 13. Ich bleibe einfach nur auf Krampf, wenn die Top Ten kommen jetzt auf der Insel. Was anderes will ich gar nicht. Das ist noch mehr als Video angeguckt. Kreiselficker ist da. Der nächste Kreis endet offen. Ich meine, es stimmt. Ui, 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 noch neun. Ja, top ten. Läuft. Was anderes wollte ich gar nicht auf der Insel. Was anderes wollte ich auf der Insel. Ich hasse diese Insel hier unten. Oh. Im Nachbarhaus ist natürlich noch einer, der hier AKMt. Da ist er. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich kann einfach nicht auf den schießen. Aber ich seh ihn. Der hat eine AKM. Ich hatte eine UMP im Nahkampf. Das heißt, da habe ich schlechte Chancen. Der Uter-Kreiselficker kommt. Ich muss mich mal boosten. Der geht an sein Auto. Der geht weiter. Der geht berghoch. Jetzt hole ich ihn mir. Tot. Ach sei denn es. Ich liebe das. Aber ich wollte mich boosten, Alter. Und zwar dringend, weil der Kreiselficker kommt. Oh, der kommt ganz akut. Oh Gott, Zaun. Oh, warum? Noch sieben andere. Da ist einer. Oh, Kreis, Alter. Kreis. Noch fünf andere. Ja, mich baut jetzt wieder mal an. Das ist wieder ganz klar. Noch vier. Und noch 80 Schuss. Noch drei. Und der Kreis kommt. Und. 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 Oh. Das war eigentlich eine gute Posi. Eigentlich nicht, weil ich übers in der Mitte bin. Oh, man, die sind so Geräusche. Die Sova sind wieder richtig am absterben heute. Kevin ist im TS. Kevin. Ich bin im TS. So in 18 Sekunden kommt der Kreiselficker. Ich muss, ich schritt nach vorne. Alle anderen müssen sich übelst bewegen. Ich hoffe, dass die sich alle treffen. Sich übelst wegnehmen. Und ich komme dann um die Ecke. Und mache dann Final Shot, weißt du. Und mich portet jetzt mal wieder hier an den Stein vorbei. Jetzt kommt der Kreis. Da unten ist er noch. Ja, sorry. Lauf du mir mal wieder über den Weg, Alter. Ruhe. Stst. Noch zwei. Noch einer. Den hole ich mir jetzt. Ich weiß, wo er ist. Oder doch nicht. Wo ist er denn? Ja. Und dann? Ja. Und dann? ich glaube dass ich von den baum aus weiß es nicht mit der granate vorgelockt und dann im leck erschossen das schmeckt das schmeckt mit zwei kills hat meine meine niedrigste gewinnrunde mit mit kids aber ich wollte mal mit null kills um den gewinnen also einfach mal so schlau laufen und dass die sich alle abknüppeln oder mit kreis sterben oder so ja aber null kills ist ja fast nicht möglich so dass funktionieren doch geht wenn die im kreis sterben außerhalb guck mal die zwei duo und mit werner habe ich gewonnen weil die im kreis außerhalb gestorben sind wir sind einfach nur im kreis gelaufen wir haben die zwei noch gesehen beschossen aber die sind einfach im kreis verreckt das ist scheiße da ist kacke ja aber man das hat mal wieder das hat mal wieder halt noch jetzt pulse gekostet ich hab's angekündigt ich hab's angekündigt